Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte dir in dieser Videoserie zeigen, wie du Bilder mit Augmented Reality zum Leben erwecken kannst. Der erste Schritt dazu ist ein Overlay, einen Inhalt vorbereiten. Das kann zum Beispiel ein Video sein oder auch eine 3D-Animation oder einfach auch ein Bild, auf dem noch zusätzlicher Text angebracht ist. Was ist überhaupt sein Overlay? Das Overlay erscheint, wenn man mit dem Smartphone dann das Bild abscammt und ist also somit dein Inhalt, den du vermitteln möchtest. Der zweite Schritt ist, geh auf die Homepage AuraSmart.com und leg dir einen Account an. Drittens, logge dich mit deinem Benutzername und deinem Passwort ein und jetzt kann es losgehen, wir erstellen unser erstes Aura. Damit du nun ein eigenes Aura gestalten kannst, musst du zunächst auf My Auras klicken und danach auf Create New Aura. Es geht dann los mit dem sogenannten Trigger Image. Einfach auf das Plus klicken, dann auf Browse und ein Bild von deinem Computer auswählen. Hier kannst du den Namen des Bildes ändern und auf Save. Grundsätzlich kannst du hier alle Einstellungen so belassen, wie sie sind, außer du möchtest, dass nicht das gesamte Bild abgescannt werden kann. Dann kannst du eine sogenannte Mask drüberlegen. Hier auswählen und am Bild entsprechend ziehen. Das würde nun bedeuten, dass nur der untere Bereich auch reagiert, wenn man mit der App scannt. Der obere Teil nicht. Wenn man das möchte, kann man das machen, wenn nicht, wieder auf Delete auswählen und dann ist diese Maske wieder gelöscht. Ich empfehle hier keine Maske einzufügen, außer vielleicht, wenn man eine ganze Buchseite eingescannt hat und nur das Bild dann zum Leben erwecken möchte. Dann würde es sich auszahlen, den Text abzudecken. Auch hier keine anderen Einstellungen vornehmen. Raus zoomen, damit man ein bisschen eine bessere Übersicht hat und dann den entsprechenden Overlay, den wir bereits vorbereitet haben, auswählen. Klicke auf das Plus und den Overlay auswählen. Man kann hier den Namen noch verändern oder auch eine Beschreibung hinzugeben. Loop Overlay würde bedeuten, dass er immer wieder wiederholt wird. Dann auf Save. Und jetzt wird der Overlay hochgeladen. Das Video sollte höchstens eine Länge von zwei Minuten haben, dann geht das Ganze relativ schnell. Nachdem das Overlay hochgeladen ist, kann man es jetzt noch anpassen an das Bild. Ich habe hier eine Animation erstellt, die perfekt auf das Bild passt. Jetzt ziehe ich es also dementsprechend groß. Wenn man damit zufrieden ist, kann man es so belassen. Aber es gibt jetzt auch noch die Möglichkeit, so eine Action hinzuzufügen, indem man hier auf Add Action geht. Man kann jetzt zum Beispiel entscheiden, wenn man das Overlay antippt, dann öffnet sich eine URL. Zum Beispiel die URL www.flippedclassroomaustria.at und dann auf Save. Das würde jetzt bedeuten, wenn man dann auf das Overlay tippt, auf seinem Smartphone, dann wird sich diese Homepage öffnen. Wenn man damit zufrieden ist, geht man auf Next. Hier kann man seinem Hour Run einen Namen geben. Und geht auf Save. Und geht auf Save.